Sagen wir also, alles hat im März 1943 angefangen. Das ist Louie! Das ist unser Generalsekretär! Wer sagt euch, dass ich reden würde? Wie wollt ihr mir vertrauen, wenn ihr mich nicht prüft? Die Partei ist keine Arbeitsschule! Wir wollen dich nicht auf die Probe stellen, sondern dich nach deinen Fähigkeiten einsetzen, könntest du schien und lockern! Nein! Aber ich liebe meinen Vater nicht! Er sagte zu mir, auch ich habe einer revolutionären Gruppe angehört! Ich schrieb in ihrer Zeitung, hier wird das vergehen, wie es mir vergangen ist! Olga, du musst mir helfen! So? Wobei? Louie zu überzeugen, mich mit etwas Praktischem zu beauftragen! Ich habe es satt zu schreiben, während andere Leute umgebracht werden! Olga! Ich habe keine Lust zu reden! So? Warum? Zu schwierig! Du bist doch verheiratet! Danke! 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 Danke!